Hi, ich bin Laura vom Studierendenservice der HHU. Abi 2022, was jetzt? Zum diesjährigen Hochschulinformationstag dürfen wir euch endlich wieder auf dem Campus der HHU begrüßen. Am 11. Juni könnt ihr von 10 bis 15 Uhr verschiedene Vorträge zu Studiengängen und Infostände der einzelnen Fächer besuchen. Wir vom Studierendenservice beantworten all eure Fragen rund um das Thema Studium und Studienwahl. Wir erwarten euch im gläsernen Gebäude hinter mir mit der Nummer 2102. Kommt doch vorbei!